Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Israel hat zwischen Freitag und Sonntag zweimal Luftangriffe auf Ziele nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus geflogen. Der erste Beschuss galt offenbar ferngesteuerten Raketen iranischer Herstellung. Das zweite Ziel war laut syrischen Medienberichten ein militärisches und wissenschaftliches Forschungszentrum. Der stellvertretende syrische Außenminister Mekdad bezeichnete die Angriffe als Kriegserklärung. Präsident Assad erklärte unterdessen, Syrien könne Israel widerstehen. Der türkische Premierminister Erdogan kritisierte die Luftanschläge als inakzeptabel. Diese dienten lediglich Assad, um von einem Massaker seiner Truppen an Zivilisten der Stadt Banyas abzulenken. Deutschland wird an Israels Seite stehen, wenn der jüdische Staat bedroht oder seine Existenz infrage gestellt werden sollte. Das betonte Bundesaußenminister Westerwelle am Montag bei der Hauptversammlung des Jüdischen Weltkongresses in Budapest. Die Bundesrepublik werde weiterhin jegliche Hetze gegen Israel verurteilen. In seiner Grundsatzrede forderte Westerwelle außerdem dazu auf, die Ursachen für Antisemitismus zu bekämpfen, beispielsweise durch Investitionen in Holocaust-Erziehung. Israels Staatspräsident Peres hat den UN-Menschenrechtsrat wegen Einseitigkeit kritisiert. Er äußerte den Vorwurf am Sonntag bei einem Treffen mit dem schweizerischen Außenminister Burkhalter in Jerusalem. Peres betonte, bezüglich des UN-Menschenrechtsrates mit Sitz in Genf sei ein Umdenken nötig. Wer die Menschenrechte verletze, könne nicht Mitglied in einem Menschenrechtsrat sein. Peres wandte sich gegen Berichte des UN-Gremiums, in denen Israel ausschließlich als Täter dargestellt werde. Hingegen würden niemals die Verstöße derjenigen verurteilt, die den jüdischen Staat angriffen. Ägyptische Sicherheitskräfte haben an der Grenze zum Gazastreifen 276 Schmugglertunnel entdeckt und den Großteil davon zerstört. Einige müssten jedoch beobachtet werden, da sie sich unter Wohnraum befänden. Die Sicherheitskräfte hätten alle Tunneleingänge vorübergehend mit Steinen versperrt. Ägyptische Vertreter betonten, die Grenze werde permanent durch bewaffnete Truppen überwacht. Dies sei im Interesse der nationalen Sicherheit und nicht Teil einer Vereinbarung mit Israel. Der palästinensische Gesundheitsminister im Westjordanland, Abdin, hat am Sonntag das israelische Hadassah-Krankenhaus in West-Jerusalem besucht. Dessen Direktor Weiß sprach sich für eine Zusammenarbeit mit den Palästinensern aus. Er wies darauf hin, dass sich regelmäßig palästinensische Ärzte bei Hadassah aus- und weiterbildeten. Es war das erste Mal, dass eine so ranghohe Delegation des palästinensischen Gesundheitsministeriums die Hadassah-Klinik in En Kerem besuchte. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Religion begrüßen dürfen.